Ich lerne Deutsch. Nummer 14.774 Vergiss bitte nicht, diesen Kanal zu abonnieren. Ich nehme jeden Anruf mit Leichtigkeit entgegen. Es sind immer die gleichen Fragen. Ich nehme jeden Anruf mit Leichtigkeit entgegen. Es sind immer die gleichen Fragen. Ich nehme jeden Anruf mit Leichtigkeit entgegen. Es sind immer die gleichen Fragen. Endlich ist es soweit. Mein größter Wunsch ist in Erfüllung gegangen. Endlich ist es soweit. Mein größter Wunsch ist in Erfüllung gegangen. Ich wandere gerne gemeinsam mit meinem Hund in den Bergen. Ich wandere gerne gemeinsam mit meinem Hund in den Bergen. Wir sind öfter in diesem Hotel. Hier kennt man uns schon seit Jahren. Wir sind öfter in diesem Hotel. Hier kennt man uns schon seit Jahren. Julias fröhliche Art ist charakteristisch für Sie und macht sie bei allen beliebt. Julias fröhliche Art ist charakteristisch für Sie und macht sie bei allen beliebt. Ihre fröhliche Art ist ein typisches Verhalten, das sie besonders auszeichnet. Erfahrungen können angehende Eventmanager durch Praktika oder freie Mitarbeit in der Eventbranche sammeln. Erfahrungen können angehende Eventmanager durch Praktika oder freie Mitarbeit in der Eventbranche sammeln. Ich habe Vertrauen in meine Zukunft. Ich habe Vertrauen in meine Zukunft. Ich habe Vertrauen in meine Zukunft. Vergiss bitte nicht, diesen Kanal zu abonnieren. Und gib uns bitte ein Like. Ich habe Vertrauen in meine Zukunft. Ich habe Vertrauen in meine Zukunft. Ich habe Vertrauen in meine Zukunft.